Am 2. Januar 1990 Wir sind in Amsterdam kurz vor dem Abflug nach Colombo in der Innenstadt an den Trachten von Amsterdam. Wir sind aber hier in Karate gelandet in Pakistan. Die Flugleute streikten und es gab hier diesen schönen Aufenthalt. Die Flugleute streikten und die Flugleute streikten, die Flugleute streikten und die Flugleute streikten. So, inzwischen ist es Januar 1990 geworden. Ich bin wieder zurück hier in Sri Lanka in Doros. Und es haben sich eine Menge Yachten hier versammelt, über ein Dutzend Waffen hier, um den Sprung hier über die Arabische See rüber ins Rote Meer zu machen. Das Wetter ist durchwachsen. Gestern ist hier sogar so ein halber Cyclone durchgegangen. Es gab etliche Probleme. Zwei Fischerboote sind vermisst und vier Leute wurden heute noch herausgezogen am frühen Morgen aus dem Meer. Und einige von diesen Booten, unter anderem auch der Klaus mit der African Queen, ist ins Schleudern geraten hier. Die Beuen, die haben alle nicht gehalten. Bei diesem Toru Babu hat er seinen Außenbautenmotor verloren. Die Leute haben versucht, ihn heute wieder zu finden, aber da war nichts zu machen. Freitag, der 12. Januar 1990. Ich nehme mal wieder Abschied hier vor der Küste von Sri Lanka. Heute Morgen um 8 Uhr Lokalzeit bin ich ausgelaufen mit Klaus und Milda zusammen von der African Queen. Aber wie es auch immer so passiert, irgendwas ist immer nicht in Ordnung. Ich bin in der Einfahrt in der Höhe des Racks, da hinten. Da setzte auf einmal mein Motor wieder aus. Ich habe fast keinen Wind und quäle mich also hier langsam mit Einknotenfahrt unter Segel von der Küste weg. Hier zwischen den Malediven und den Lacediven. Ich bin den zweiten Tag schon in einer entsetzlichen Flaute. Spiegelglattes Wasser. Es regt sich kein Wind. Und ich fahre die zweite Nacht schon unter Motor. Spiegelglatte See. Totale Flaute. Die ganze Nacht Flaute. Jetzt der fünfte Tag schon praktisch, wo ich überhaupt keinen Wind mehr habe. Ich bin am Dieseln vier Tage lang jetzt schon. Und mein Dieselkraftstoff geht zum Ende entgegen. Die Tage fließen träge dahin. Heute ist der 28. Januar 1990. Mein Hochzeitstag. 31 Jahre. Jetzt bin ich verheiratet. Ich denke an zu Hause. Und ich habe schon lange keinen Kontakt mit der Radio gehabt. Das klappt überhaupt nicht hier. Ich fühle mich sehr einsam. 500 Meilen habe ich noch etwa bis Aden. Und dann ist es wieder ein neuer Abschnitt, der mir da entgegenkommt. Das Rote Meer wartet auf mich. Aber zur Zeit ist Flaute hier. Und es geht unheimlich langsam voran. Ich habe Passatzegel gesetzt. Aber es hilft nicht allzu viel. Die fallen ständig zusammen. Und bringen mir keine Geschwindigkeit hier. Hier in der Höhe von der Insel Socotra. Die sehr berüchteten Pirateninsel. Ich bin weit weg. 70 Meilen entfernt. Denn man sollte also dieser Insel nicht zu einer Reihe kommen. Dort herrscht also Anarchie. Und speziell kleine Yachten werden gerne dort ausgeraubt. Das Leben der Bewohner der Yachten spielt dann auch nicht mehr eine so große Rolle. Meistens sind sie verschollen dann. Hier sitze ich nun an meinem Lieblingsplatz. Manchmal stundenlang. Wenn schönes Wetter ist und der Wind so richtig schön von hinten in die Segel fließt. Und gucke mir das Panorama an. Genieße die Segelein. Es ist aber auch manchmal traurig hier. Wenn überhaupt kein Wind ist und ich durch Tage lang mit lauten Leckern umeinander hänge. Es sind noch 450, 460 Meilen bis Abend. Dann habe ich 2200 Meilen mal wieder hinter mich gebracht. Es ist die letzte große Strecke auf dieser langen Reise. Gestern hatte ich einen Zusammenstoß mit einem Wal. Ich habe noch versucht die Kamera rauszukriegen. Aber dann waren sie schon zu weit weg. Es war ein Walpärchen. Ich lag unten im Bett und auf einmal ein Stoß. Nicht mal so arg schwer. Ich eilte nach oben und sehe in etwa 30 Meter Entfernung eine Frontäne von einem Wal. Kurz darauf kam auch noch ein zweiter. Das war wahrscheinlich der, mit dem ich zusammengestoßen bin. 31. Januar 1990. 220 Meilen vor Eden. Hier im Golf von Aden. Der Wind hat zugenommen. Das Schiff läuft maximal Geschwindigkeit zwischen 6 und 7 Knoten. Es hat sich eine gewaltige See hier aufgebaut, vor der das Schiff manchmal wer schlägt. Vor der Selbststeueranlage. Und trotzdem hoffe ich, dass das so bleibt. Denn nichts ist schlimmer als die Flauten. Und wenn es so weiter geht, könnte ich in zwei Tagen im Hafen sein. 19 Tage bin ich jetzt unterwegs. Jetzt habe ich nichts als Wasser und Horizont gesehen. Hier 90 Seemeilen vor Aden. Seit heute Nacht stürmt es. Der Wind fließt manchmal mit zu 35 Knoten. Eine Riesensee hat sich aufgetan. Und schüttet mir manchmal mein Cockpit voll hier. Ausgerechnet jetzt die letzten Stunden vor dem Anfall fängt es an unangenehm zu werden. Und ich habe dieses Problem, wie ich da um die Hubs nachher herumkomme. Genau auf die Stunde. Drei Wochen später, nach dem ich in Speranka losgefahren bin, fahre ich hier in den Hafen von Aden. Der Volksrepublik Demens Hauptstadt. Nach einer ziemlich schwierigen Überfahrt mit allerhanden Banden. Der, der wir sind und wahnsinnig schlafen draußen. Von vorhin, da setzte der Motor aus. Ich war genau an der Alp-Aden. Und als der Motor sich dann wieder etwas abgekühlt hatte, bin ich dann ganz, ganz langsam mit einem, mit einer halben Totgeschwindigkeit, hier in den Hafen, den eingestellt hat, der sehr, sehr groß ist. Hier bin ich also jetzt in der Stadt von Aden gelandet, hier drin. Heute Morgen war ich schon drin in der Stadt, habe mir das mal alles angesehen. Trostlos, schmutzig, verwahrlost und verkommen. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Es ist hier praktisch eine russische Inklave. Es gibt viele Russen hier. Und die Regierung ist volkssozialistisch, ähnlich so wie es früher mal in den Volksdemokratien, also in den Ostblockstaaten war. Von vorhin. Die Stadt verfällt langsam, viele Häuser sind verlassen und aufgegeben worden. Das ist der Traum aller Fahrradfahrer. Einige Bäume gibt es schon hier, hier ist eine Parkanlage mitten in der Stadt, aber das kostet offensichtlich viel, diese Bäume hier zu erhalten, dass ein wenig Grün in das Landschaftsbild hier rein gesetzt wird. Diese Stadt war früher mal ein Freihafen und hier ist tolles Leben im Gange gewesen, aber ist alles herkommend, Philips, Elisabeth Arden, Rolex, alles kann man hier finden, aber die Geschäfte sind verlassen und aufgegeben. Und es ist trostlos geworden, was den Geschäftsbetrieb hier anbetrifft. Inzwischen bin ich mit einer französischen Jagd alleine geblieben und ich warte auf gutes Wetter, um auszufahren. Leider ist der Wetterbericht nicht so, wie ich mir das erträume und bleibe deshalb noch ein oder zwei Tage hier am Hafen. Das ist der 7. Februar 1990. Jetzt geht es wieder auf Tour. Ich bin nachmittags um drei aus Aden ausgelaufen und bin jetzt schon hier, fast aus der B heraus. Das Wetter ist nicht besonders gut, aber ich will einfach weiter, weil ich einfach kein Sitzefleisch mehr habe und eine Unruhe in mir weiter zu kommen, Meilen zu machen, nach Hause zu fahren. Die einzige Einkommensquelle dieses Landes hier sind die Ölfelder und die Raffinerien. Man findet sie hier in der Nähe von Aden und auch woanders. Sonst ist ringsherum ein recht steiniges Gelände. Es wächst so gut wie gar nichts. Und grüne Wiesen sind hier so unbekannt wie Eis und Schnee. Der Motor geht nicht. Wieder ausgefallen. Und die Selbststeueranlage, die elektronische, geht auch nicht. Ja, ich bin am Ende der Welt. Ich kann hier praktisch nichts machen. Und muss nur sehen, was auf mich zukommt. Hier vor mir die Straße vom Bad Elmandab. Die Meerenge zwischen dem asiatischen Kontinent und dem afrikanischen Kontinent. Hier ist die Durchfahrt, eine kleine und eine etwas größere. Der Wettergott zeigt sich gnädig. Ich habe vielleicht so 15 bis 20 Knoten Wind. Normalerweise ist also hier eine berüchtigte Sturmgegend. Allerdings ziemlich hohen Schwellen. Aber es geht mit den Wellen. Die Wetterlage ist günstig und ich fahre durch. Ich mache also hier keinen Stopp. Ich nehme die kleine Einfahrt, um mit der Großschifffahrt, die auf der anderen Seite der Insel entlang fährt, nicht ins Gehege zu kommen. Nach zwei Tagen kreuze ich hier umeinander. In den letzten 24 Stunden habe ich 25 Meilen Richtung Norden gut gemacht. Ständig unterwegs, ständig gegenangebeutelt. Und die Segel bis zum Geb nicht mehr angeknallt. Ich habe jetzt vier bis fünf Tage nicht mehr geschlafen. Nur hin und wieder ein Nickerchen. Ich bin sehr müde. Total fertig. Und hier hat mich nur knapp verfehlt. Einige Meter fährt dann hier vorbei mitten in der Nacht. Völlig unheblich. Hier ist keine Schifffahrtstraße mehr. Aber so ist das nun hier. Das Risiko überhand zu werden ist riesengroß. Aber was soll man machen? Irgendwie muss ich mal schlafen und irgendwo muss ich auch mal lang fahren. Ein Riesenglück, wenn ich das alles überlege. Heute Morgen hätte mich fast einer gerannt, der außerhalb der Damperlinien fuhr. Er ist ganz dicht an mir vorbei gefahren. Und ich habe gar nichts gemerkt. Erst durch das laute Maschinengedrehen bin ich aufgewacht und bin rausgerannt. Ich hatte mich nur einen Augenblick unten hingesetzt und wollte ausruhen. Dabei bin ich eingeschlafen im Sitzen. Und da war ein riesengroßer Karpenzmann ganz dicht neben mir. Um Haaresbreite hätte er mich mitten in der Nacht überranst. Der Wind nimmt immer mehr zu. Das Schiff dampft und schlängert sich hier durch dieses Tohuwahu. Diese aufgeregte See hier. Diese wahnsinnig kurzen Wellen hier im Roten Meer sind berüchtigt. Und ich bin also hier mittendrin. Trotz aller schönsten blauen Himmel stammt es hier mit 25 Knoten daher. Und man macht kaum noch Fahrt voraus. Wenn es noch schlimmer wird, dann muss ich eventuell sogar zurücklaufen. Das wäre natürlich fitter, wenn diese schwer erkämpften Meilen Richtung Norden wieder aufzugehen sind. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Dieser Kampf. Und die Weltkörperung. Endes hier. Und der Wüste. Und der Wüste. Ich bin am absoluten Kniepunkt angelangt. Ich habe gestern mit Peter und Frau Olli gesprochen. Ich habe mich noch etwas aufgerichtet, aber es fehlt mir einfach der Lebensmut. Noch eine Kleinigkeit mehr dazu. Einige Umstände. Und das Wunder ist wahr geworden. Ich bin gestern Nacht noch hier in Port Sudan eingelaufen. Es war stockdunkel und es war doch schwierig, die Hafeneinfahrt mit den sehr schwachen Lichtern zu finden. Aber um halb zehn ist dann der Anker gefallen und ich war todmöde hier. Und wir sind endlich im Hafen wieder. Von der Augen hoch der Muesi jeden Morgen um fünf Tonnen. Zum Geweht. Ich freue mich euch, wenn ich aus meiner Falle herauskomme. Was gehen dann? Ich freue mich. Wer so weit, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich mich sehr Stadium groß bin? Ich freue mich sehr mit Ihnen. Ich freue mich sehr. Wir können Affen, dass Sie sich selbst wieder zu Ende waren. Ich freue mich auf einmal. Ich freue mich. Ich freue mich auf einmal! Es findet hier auf der Straße statt, vielleicht ist der Schweißunalesen hier kennengelernt. Es ist heute schwierig hier, die Waffen ein Foto zu kriegen, die wollen das alle nicht. Ja, das geht prima. Ich hab dich als Arvid, der hat sich selber vorgestellt, Arvid. Wir haben uns kennengelernt und sind gleich Freunde geworden und hier draußen habe ich ihn besucht. Ich will nach dem Norden, wer will nach dem Süden, so laufend die Pfade wieder auseinander. So ist das Leben. Da bin ich also hier draußen hängen geblieben, am Sangane Triff, etwa 16, 18 Meilen von Port Sudan entfernt. Ich hab mich hierher gequält gegen den Wind, aber nun gibt es noch eine kleine Erholungsschnaufpause und dann soll es endgültig die Superquälerei Richtung Suezkanal werden. Hier, das trifft hier, das ideale Gebiet zum Tauchen. Hier kommen die ganzen Experten aus der ganzen Wind hier, aus den Stellen und mehr hier. Opsa, für sich ja nichts bricht. Während ich hier eine Kuppe habe, darf ich jetzt nur so aus der Nase ausräumen. So, der Armstil ist gekommen, jetzt geht er hin, die entscheidende letzte Phase beginnt. Und Arvid, früh am Morgen, hat mich hier sozusagen hinausgeleitet und habe den Sangane Triff fast hinter mir. Meine Freunde liegen da hinten, Romeo und die Inola mit der Besatzung, haben wir noch zum Aktiv gewunken. Ich hatte die letzten Tage richtig gegen Angst vor dieser Partie, aber die Angst ist weg. Aber die Ungewissheit bleibt natürlich für diese entscheidenden 650 Meilen, die jetzt vor mir liegen, zum Suezkanal. Das ist großartig, gewaltig Schrading und man muss vollkommen gegnern gehen, wie überall. Man hat jetzt gerade eine gute Piste mit Vorschlägen an einer Seite zur anderen Seite. Wir sehen uns doch recht, die schmalen Gewässer. Es fehlen noch ungefähr 100 Meilen und dann sind wir auch nur sehr nahe. Und auch genügend, ich habe gegen Angst versucht zu kreuzen, bin aber nicht mehr vorangekommen und habe es heute Nacht aufgegeben. Um 3 Uhr habe ich mich zum Unzern entschlossen und fahre nun bitte in Windrichtung von Faustenalen zurück. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas aufgeregt habe. Das erste Mal auf dieser Reise, dass ich wieder zurück in den Hafen bin, bin ich einmal ausgelaufen. Ich bin verletzt am Fuß, kann mich kaum rühren vor Schmerzen im Kreuz. Ich habe meine Allergie wieder. Der Motor geht nicht. Das Lümmellager ist gebrochen vom Großbaum, ich kann also nicht mehr kreuzen. Und mein Topf liegt oben für die Dampfer, zur Warnung, ist auch kaputt. Ich werde also nicht mehr gesehen. Und es müsste ein Wunder geschehen, wenn ich Boazudan erreiche. Ich habe noch etwa 120 Meilen bis dahin. So, drei Tage sitzen wir hier natürlich schon wieder fest im Sangane-Riff. Wir hatten, dass der Wind endlich mal ein wenig aufhört zu blasen, um dann Richtung Norden zu fahren. Aber es sieht noch nicht so aus. Inzwischen habe ich einen Freund und Helfer gefunden, der mit mir diese Reise bis nach Alfa machen wird. Und ich hoffe, dass es ein gutes Zusammenarbeiten gibt. Ich war alleine so schwach, dass ich das also nicht mehr machen konnte. Ja. Ja. Es muss nicht gewaltig regeln und man muss vollkommen gegnern gehen, wie überall. Man kann bis dahin fühlen, höchste Bevorstellungen, man kann von einer Seite zum anderen gehen. Und jetzt hier im doch recht schmalen Gewässer. Also 12. März 1990. Es hat doch sehr starke Blasen draußen und wir haben es vorgezogen, hier mal in ein Einkund zu gehen. Das ist hier die Marsa Abu Imama. Rechtsrum höheres Land, Wüste, kahle Berge. Und mein Freund ist am Steuer, weil meine Automatik mal wieder nicht geht. Die Haare über Udustar. So ein großer Platz mit ihm hat er wahrscheinlich jetzt sehr, sehr oft zu tun bekommen. Denn in der Straße von Cuba konzentriert sich natürlich der ganze Schiffsverkehr. Und da geht es runter und wir müssen sicherlich aufpassen. Und endlich, endlich sind wir nun hier im Golf von Suez gelandet. Nach dieser entsetzlichen Fehlerei fast 14 Tage in diesem schwierigen Gewässer gegen an, durch die gewaltige See und den zum Teil enormen Wind geboxt, haben wir nun hier etwas ruhigeres, größer erreicht. Die Wellen sind nicht mehr so hoch und der Wind ist nicht mehr so böig. Die Navigation ist nach wie vor schwierig. Überall stehen diese Öltürme im Wasser, in diesem flachen Gewässer hier. Und man muss da aufpassen, speziell nachts nicht zusammenzugrafen mit so einem Ding. Da könnte man einen gewaltigen Schaden erleiden. Also wir brauchen auch ein Agenten hier. Hier ist gerade der Ibra hingekommen und macht uns wieder die Papiere fertig. Und dann sehen wir morgen, morgen soll ich mal durch den Kanal gehen. Morgen ist früh um drei. Alles okay? Ja, Herr. Ja, du bringst mich morgen. Ja, ich brauche den Schiff. Ich brauche den Schiff. Ich brauche den Schiff. Komm her. Ich brauche den Schiff. Warte, wenn du das hast... Ja. Äh... Ich brauche den Schiff. Ja. Ah ja, ich habe gerade geschlossen. Du willst Fleisch? Du willst Fleisch? Ja, ich will Fleisch. Aber es ist gut Fleisch? Ja, es ist gut Fleisch! Wallah, Herr, es ist gut Fleisch! Aber nicht zu viel, oder? Nicht zu viel! 1 Kilo! 1 Kilo! Ich gebe dir 5 Kilo! 5? Nein, 5 Kilo. 1 Kilo. Wir gehen weg. Okay, Kassi. 2 Kilo! 3 2 Kilo! 2 Kilo! 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 6 Wir sind also heute Nacht um 1 Uhr bereits ausgebrochen aus Port Duis und sind hier schon im Duis Kanal. Das ist unser Pilot hier an Bord. Das Schiff hier führt zur Zeit durch die Kanalpassage. Dieses hier ist der große Bittersee, den wir gerade durchqueren. Und hier fliegen jede Menge Schiffe geparkt, die darauf warten weiter zu fahren. So, um 11 Uhr sind wir hier in Ismailia angekommen. Das ist eine Station, wo die Piloten ausgetauscht werden. Hier wartet man normalerweise eine Nacht bis morgen früh. Und dann geht es wieder weiter. So, wir verlassen jetzt am frühen Morgen Ismailia. Es geht wieder Richtung Norden. Ich hatte Ärger mit meinem Crewmann und will ihn also loswerden. Vor Zeit soll er von Bord. Hier fahren wir gerade an den beiden Sommerresidenzen von Mubarak, dem Präsidenten von Ägypten, vorbei. Diese zwei Häuser dort. Wir hören also hier den prominentesten Bürger dieses Staates. Da ist auch ein Haus von Präsident Mubarak. Hier fließt ja also zu schlafen, wer die beiden anderen Häuser mehr so fließt weiter wird. Vorzeit, Jagdblock hier, 27.03.1990. Gestern, spät am Nachmittag, bin ich hier eingelaufen. Dann habe ich hier eine Nacht inzwischen geschlafen und war auch schon in der Stadt. Ich habe ein Visum bekommen. Und das macht hier einen ganz ordentlichen Eindruck an und für sich. Es gibt alles zu kaufen. Und es ist relativ frei für etwas, was es hier so gibt. Meine Mitsegler habe ich ausgebotet. Der Kerl wurde in letzter Zeit so frech und so faul, dass es nicht mehr machbar war. Ich habe ihm kurz und fündig gesagt, er muss verschwinden. Dann fing er an und machte einen riesen Trappel und wollte da riesen Geldforderungen an mich stellen. Und da habe ich kurz gesagt, dass ich eben meine Botschaft anrufe, wenn er nicht friedlich ist. Er hat uns dann geeinigt, einigermaßen. Ich habe ihm die Heimfahrt bezahlt, ungefähr 150 Dollar. Und war einer auf dieser Art und Weise los. Ein Mensch, der mir zwar geholfen hat unterwegs, aber er wurde von Meile zu Meile immer unerträglicher. Das hübscheste hier mit Abstand sind also diese wunderschönen Moscheen, die zum Teil mit viel Geldaufwand hier gebaut wurden. Dafür ist offensichtlich Geld da. Aber das andere, die ziemlich arm und ein paar Wahllos laufen hier. Der 5. April. Wir sind hier in Kairo. Endlich wieder zusammen. Wir machen einen Stadtbummel hier. Wir sehen uns ein wenig diese sehr interessante, belebte Innenstadt an. Drei Tage wollen wir hier bleiben. Wir sind also hier am Nationalmuseum gelandet. Das geht gleich weiter hier mit der Besichtigung. Einer der wichtigsten Punkte von Ägypten überhaupt. Hier befinden sich die ganzen Ausgrabungen aus den alten Fenniggräbern. Einmal, das ist mit der Rheilfrau. Das ist die ganzen Muhammad. Ich muss erst mal meine Katze feststellen. Ich muss erstmal meine Katze feststellen. Das ist ja herwinnt. Das ist mit etwas in den Tatschen. Das ist mit dem ein der den, die... Moment, Au. Aber ich stehe mir bestimmt nicht. Ja, sehr gut. Was so? Musik Musik Hans Müller Also das hier ist die Cheops-Pyromide davor. Hier ist die Sphinx, die zur Zeit mit Gerüsten eingebaut ist. Und hier kommt die zweite, die dritte und die kleine Pyramide im Hintergrund. Und hier ist ein wüstenähnliches Gebiet. Und Autos sind hier nicht zu sehen, sondern nur Tiere, die zerritten werden. So, das ist also der Moment, wo ich das erste Mal wieder am Mittelmeer bin. Hier in Aschorab. Auf der Halbinsel Sinai zu gehören, zu Asien. Musik Geradeaus, immer geradeaus, liegt Spanien vor mir. Musik 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 Wir sind also hier in Forgada, an Bord vom Schiff von Renato. Musik 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 Wir fahren jetzt aus, um einen kleinen Aufgang zu machen, hier in den umliegenden, wunderschönen Rücken. Untertitelung des ZDF, 2020 Sonntag, der 13. Mai 1990. Gestern, Vormittag um 9, bin ich aus Port Said ausgelaufen und es geht vermutlich Richtung Zypern. Der Wind ist so, dass es vielleicht doch erreicht, als ich die Süd-West-Spitze von Zypern erreiche, Papos. Es ist allerdings so gut wie kein Wind und ich fahre unter dem Motor. Gott sei Dank zuckert meinen Motor wieder leise vor sich hin. Er ist repariert und ich hoffe, dass er hält. Da vorne im Dunst liegt Zypern. Das ist der Hafen und ich werde bei Nacht einlaufen in den Hafen von Papos. Das ist also der Hafen hier von Papos an der Süd-West-Spitze von Zypern. Ein kleiner Hafen, da drüben ist die Einfahrt. Hier bin ich nachts um 22.30 Uhr vor drei Tagen angelangt. Und auch wieder einen hübschen Liegeplatz, da drüben irgendwo am Steg, da gefunden. Es ist hier früh am Morgen, ich fahre nach Lanarka. Der Bus wird mich hier abholen, in dieser Ecke. Und es ist noch kein Betrieb. Die Touristen schlafen noch. Am Abend ist hier der Teufel los, praktisch wie in der Hochsaison schon hier, Betrieb. Allerdings hauptsächlich Engländer und Skandinavier, die hier ihr Stelldichein geben. ! ! ! Vielen Dank.